Was geht ab, meine Ziv-Halter, OZARO hier und heute gibt es ein kurzes Video, kurzes Video zum Abend und zwar gibt es interessante News, doch zuvor, bevor wir dann anfangen Leute, eine wichtige Information, morgen wird es keinen Stream geben, am 22.12. Freitag, dafür sind wir am Wochenende online mit einem Weihnachtsspecial, was heißt das Weihnachtsspecial, quasi so mein Weihnachten so gesehen, wir werden da online gehen, live sein werde ich da im Stream auf Twitch, Samstag und Sonntag, wir werden da gemeinsam viele Spiele spielen, gemeinsam Multiplayer, Games quasi spielen, das ist so quasi, um es kurz zu fassen, habe ich mich in der Weihnachtszeit, also Weihnachtszeit, in den Ferien damals und so traditionsmäßig immer mit Kumpels bei mir getroffen haben, da gemeinsam was gespielt, Multiplayer Games, das würde ich dann gerne mit euch live machen, wie und wie genau das Ganze ablaufen wird, ich hätte einen Plan noch online stellen, auf Discord, Twitter, haltet ihr da ein Auge offen, zu den Zeiten, wie gesagt, Samstag, Sonntag, haltet ihr das im Hinterkopf, wie nach Stream, aber, kurze Information, wir reden hier vom japanischen Dokkan Battle, und zwar sind in den Daten etwas ganz interessantes, ihr seht schon hier, Holy JP might be getting an LR Ticket for New Year's, was heißt das? Das heißt, dass das japanische Dokkan Battle eventuell einen LR Ticket bekommt, den man sich kaufen kann, wie den Blue Dragonstone, mit dem man sich einen der älteren LR Charaktere holen kann, die ersten 5 LR, LR Gohan, LR Broly, LR Majin Vegeta, LR Goku Black und Zamasu und LR Trunks. Die ganze Sache ist so, JX, auf jeden Fall einen großen Shoutout an ihn, auf Twitter, er hat das Ganze so geleakt, er hat quasi gesagt, er hat was gesehen in den Daten, in japanischen Daten, und zwar ist da ein Bild enthalten, Dieses Bild zeigt die 5 ersten, die ersten 5 LR Charaktere, mit einem Single Red Ticket, auf einem Single Red Ticket Bild so gesehen, ähm, und dann wiederum, hat er gepostet, nach seinem Verständnis, wird das quasi so laufen, Dass es wie ein blauer Drachenschein sein wird, dieser blaue Drachenschein kennen wir, den kann man kaufen, im Barbershop, beziehungsweise, ja, im Shop, kann man den kaufen, und damit kann man sich einen der Garten wieder kaufen, der ist beispielsweise, äh, beispielsweise ist der momentan global erhältlich im P-Lust Troph, und mit diesem Blue Drachenschein kann man einen der Garten wiederholen, Quasi wird dieses LR Ticket, genauso wie der Blue Drachenschein, fungieren, wie viel er kosten wird, wissen wir nicht, aber, man kann mit diesem Ticket dann in Zukunft einen der LR kaufen, Einen der 5 originalen LR, die zuerst rauskamen, wie gesagt, wie ich aufgezählt habe, und dann schreibt er noch, JP, macht euch gefasst, das kommt wahrscheinlich für New Year, also fürs Neujahr, Und das ist schon bald, finde ich geil, Leute, manche werden es wahrscheinlich nicht geil finden, aber, Leute, betracht das objektiv, wir reden hier von JP, In JP sind wirklich sehr, sehr viele LR Charaktere draußen, um da dann die Möglichkeit zu stellen, einen älteren LR, einen der älteren 5 LR zu kaufen, finde ich sehr, sehr gut, Denn, es ist wesentlich, es wird wesentlich besser sein, quasi, wenn man unbedingt einen LR haben will, sagen wir mal, von meinem Strandbuch aus, für Margin Vegeta, Ist wahrscheinlich wesentlich besser für mich, da diesen Discount zu holen, diesen LR Ticket zu kaufen, statt weitere, etliche 1000 Stones zu kaufen, Da reinzubomben, quasi habt ihr so einen, der 5 zur Auswahl, ja, viele werden sich wahrscheinlich, ähm, drüber, äh, nicht, drüber beklagen, Ja, was mit Free2Play und so, man muss den kaufen, ja, mein Gott, Leute, ich meine, ähm, wahrscheinlich werden zu dem Zeitpunkt, Hab ich gesagt, äh, vorhin im Discord, ähm, viele, wahrscheinlich Free2Play-Spieler, Play2Play sein, Pay2Play, war so ein kleiner Scherz, Aber, ne, ich meine, das muss dann jeder für sich entscheiden, und wenn wir das Ganze aber objektiv betrachten, Ich denke, auch viele der Free2Play-Spieler haben sich die Garten-Elegot mit blauen Steinen, wenn nicht, auch gut, ähm, Ähm, aber das ist, das, sie stellen uns eben eine Wahl, die finde ich sehr, sehr gut, ein LR, ein, der älteren LR zu kaufen, Und in Zukunft bin ich auch sicher, dass wir auch in irgendeiner Art und Weise die, ähm, Neo-Guard wieder irgendwann kaufen werden, Weil das Spiel sich immer weiterentwickelt, Leute, das Spiel entwickelt sich immer weiter, manche Karten werden älter, Und da finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass vor allem die LR, die so schwer zu ziehen sind, äh, in so einer Auswahl zur Verfügung gestellt werden, Finde ich gut, wie gesagt, kurz zusammengefasst, LR-Ticket, macht euch darauf gefasst, fürs Japanische, Sudokan-Battle wird zu Neujahr kommen, wie das Ganze hier sieht, also in den Daten, ähm, das hat zwar einer, Ich kenne ihn nicht, aber dann hat er quasi noch geschrieben, Ranzi's Reply, also Ranzi ist der, der DBC-Space-Lighthead, Und er hat dann quasi geschrieben, oh, ich hab das auch gesehen, ich dachte irgendwie, ich hab das versehen oder so, das war ein versehen, Ne, also er ist es wirklich in den Daten, der DBC hat es hier eben geleakt so gesehen, Und ich denke, die Informationen sind auf jeden Fall sicher, und das Ganze wird dann so stattlaufen. Was haltet ihr davon, Leute? Äh, ich würde ganz in den Kommentaren gerne wissen, könnt mich gerne wissen lassen, was ihr davon haltet. Ansonsten habe ich halt in dem Hinterkopf, Leute, Freitag keinen Stream, dafür haben wir auch eine Weihnachtsstream, Ich werde noch alles raushängen, die Flyer quasi, Online-Flyer, den ganzen Plan, wie das Ganze ablaufen wird. Bis dann, Leute, macht euch gefasst und genießt die Tage. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace! Tottenulse. Bis dann, Leute. krau! Deswegen! подпис ёbaar! ardeau!